Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Kona Part 10. Tja, beim letzten Mal haben wir ja das Grundstück, oder besser gesagt das Haus der Bédans erforscht, denn der Familienvater hier, der Jean-Pierre, glaube ich, ne, Jean-Luc, genau, Jean-Luc Picard, ne, aus Raumschiff Enterprise, so heißt der hier auch, der Jean-Luc, der hat sich ganz gut gestellt mit unserem ehemaligen Auftraggeber, der ermordet wurde, wir erinnern uns, ne, dem Mr. Hamilton, der hier krumme Geschäfte offenbar, ja, verrichtet hat, sagen wir es mal so, hier in dem kleinen Örtchen und das hat scheinbar irgendeine Urgewalt aufgeschreckt und die ist jetzt ausgebrochen und sucht hier die Bewohner heim, von denen schon einige eingefroren wurden, von diesem Ungetüm zu lebendigen Eissäulen, wenn man so möchte, oder nicht mehr lebendigen, ich nehme an, die werden nicht mehr leben, und wenn wir diese Eisfiguren, sind es ja nur noch im Endeffekt, na, berühren, dann haben wir immer jeweils eine Vision, unter anderem von einem Indianer, der Jagd macht auf diese Kreaturen, auf diese Kreatur, scheint ja hoffentlich nur eine zu sein, also ich weiß nicht, vielleicht sind es auch mehrere, keine Ahnung, und ja, das ist alles sehr mysteriös, sehr geheimnisvoll und sämtliche Familien versuchen hier zu fliehen, aber die Familie Bedar, die ist offenbar nur verreist, tja, und das ist der ortsansässige Notar, okay, nee, ich möchte einsteigen, genau, denn hier gibt es noch ein paar Häuser zu erkunden, oder noch eins, um genau zu sein, nämlich das der Familie Roy, Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme, äh, Moment, da ist die Straße, oh Mann, die sieht man manchmal wirklich gar nicht, ja, das sieht wirklich so aus, das ist hier kein, ähm, Fehler im Video oder so, das ist hier wirklich so derart stark verschneit, dass man mitunter fast die Hand vor Augen nicht sieht, ich glaube, jetzt müssen wir mal nach links, richtig, was sagt's, Gärtchen, Moment, da sind wir schon, ach, stopp, stopp, sind schon da, super, super, hier ist leider nichts drin, uh, er friert wieder, unser Karl, so richtig, aus der Royce, nee, wir sind in die Falschrichtung gefahren, nein, ich bin Orientierung, nee, okay, Gut, dann müssen wir wieder zurück. Alles klar. Na gut, aber das liegt definitiv auch an der verschneiten Landschaft. Man möge es mir verzeihen. Also im Schnee kann ich mich wirklich wahnsinnig schlecht orientieren. Und das spiegelt sich hier leider in dem Spiel zu 100% wieder. Ja, na ja, ist ja egal. Wir werden das Haus schon finden. Moment, ist das hier schon? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die direkt gegenüberliegen, die Häuser. Moment. Hm. Ne, ist die Straße runter noch eine Weile. Okay. Hä, was ist denn das hier für eine Einmündung? Geh mal raus, Karl. Auch nur ganz kurz versprochen. Danach kannst du sofort wieder ins warme Auto. Hm. Also die Karte ist nicht wirklich, äh, Quatsch. Die Straße ist nicht wirklich eingezeichnet, ne? Karl hat gefragt, wie lange er dieses schmerzende Schmerz hat. Aha, nee, das ist nur, das führt dann wieder zurück zur Straße, oder was? Na, fahren wir einfach mal da hin. So ist ja egal, auch wenn es nur so ein Modell ist, oder so. Hä? Na komm. Rein in die Karre. Ja, Karl ist nicht mehr der Jüngste, glaube ich. Hat auch leichte Gewichtsprobleme, wie wir schon erfahren haben über unseren Charakter, ne? Ja, das verstärkt auch so ein bisschen die Immersion. Also wenn man immer wieder so kleine Happen, Story-Happen erfährt, so auch über Karl, über unsere Person quasi. Die er hier und den Protagonisten darstellt, ne? In dem Spiel, Kona. Moment, da hinten Treppe rauf. Und wieder ein Pfeil. Ne, hier waren wir doch schon, oder? War das nicht der Arzt? Ne, Quatsch. Wo sind wir denn jetzt? Ne, ich muss erst mal raus hier. Raus, der Karre. Ja, hier waren wir doch schon. Definitiv. Der La Chance. Ah, das Grundstück der La Chance ist das. Okay. Da waren wir schon. Da haben wir auch schon den Pfeil hier fotografiert, ne? Der da oben in den Pfosten steckt, oder? Haben wir den? Ich weiß es nicht genau. Ist aber auch jetzt egal. Ist nicht ganz so wichtig. Hier müssen wir die Straße runter. Gut, hier waren wir. Dann geht es jetzt auf zum letzten Unschluss. Das war die andere. Da sind wir ja aufgefahren aufs Grundstück. Oh, ich sehe nichts, Leute. Ich sehe hier rein gar nichts. Zumal es jetzt auch an den Rändern wieder so ein bisschen unscharf wird. Das ist immer in dem Moment so, wenn es kalt wird. Moment. Und ich steige trotzdem noch mal kurz aus, um mich zu orientieren. Ich habe hier echt Probleme bei diesem Schneetreiben. Hier sieht ja wirklich alles gleich aus. Quatsch. Das brauche ich nicht hinstellen. Dann fällt mir die Orientierung leichter. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und dann rechter Hand müsste es sein. Wunderschön. Komm rein. Es ist warm. Vorher. Er friert zwar. Er kann sich im Auto ja nicht wirklich aufwärmen. Er friert dann zwar auch nicht, aber... ihm wird auch nicht wirklich warm. Keine Ahnung. Die hatten damals noch nicht so gute Heizungen in ihren Autos. In den 70er Jahren. Nee, ist natürlich Quatsch. Ich weiß es nicht. Ich bin in den 70er Jahren noch kein Auto gefahren. So. Ich glaube, wir sind richtig. Wir wollen ja auch die Schatzsuche fortsetzen. Diese kleine Nebenquest. Die es hier gibt. Anscheinend auch in der Version. Aha. Brief an Wilfried. Brief an Wilfried. Das ist aber ein anderer. Ein anderer, wie lieb. Nicht der Mr. Hamilton. Sehr geehrter Mr. Roy. Ich schreibe Ihnen, weil mich mein Gewissen plagt. Vor kurzem sind Martin und ich in der Nähe ihres Hauses spazieren gegangen. Martin und ich. Dabei haben wir bemerkt, dass die Tür zu ihrer Laube offen stand. Martin. Blachant, glaube ich, ne? Nee, Bläh war das, genau. Die Blähs. Die Blähs schreiben an den Mr. Roy. Ich wollte, dass wir weitergehen. Aber Martin ist ein kleiner Draufgänger. Er hat ein paar Sachen aus ihrer Laube eingesteckt. Darunter auch Munition. Vater hat mir gesagt, dass ich nie mit so etwas spielen soll. Deswegen habe ich die Munition sofort zurückgelegt. Ach so. Das schreibt jetzt der Martin selber. Oder was. Aber die anderen Sachen hat Martin versteckt. Bisschen schizophren, oder? Mir tut das alles sehr leid, Mr. Roy. Aber ich hoffe, Sie rufen deswegen nicht die Polizei. Das werden Sie doch nicht tun, oder? Vater wäre so böse mit mir. Ich werde Ihnen all die Sachen zurückbringen. Versprochen. Ach, Marie. Marie. Hat das geschrieben. Die waren beide unterwegs. Okay. Marie B. da. Schnell rein wieder. Schnell ins Warmehaus. Ich hoffe mal, da gibt es auch einen Ofen. Aber gibt es ja meistens an irgendwelchen... Oh Gott. So gut wie erfroren, Leute. Deswegen hat er hier schon... Oh Gott, Gott. Diese Sichtfeldeinschränkung. Diese Sehbeeinträchtigung. Ja, er lädt und lädt und lädt. Okay. Ah, das ist schon fast eingeschnelltes Haus. Das sieht so aus, ne? Haus der... Reuss, ja. Wo ist der mein Hund? Ja, ja, ja. Ich merke schon, ich merke schon. Ey. Oh nee. Wir sind geflohen. Es wurde zu gefährlich. In Nordmösten leben mehr Menschen. Dort ist es bestimmt sicherer. Jean Roy. Wir sind auch geflohen. Oh, verdammt. Oh, eigentlich war das. Klassik-Canadian-Haus. Okay. Ja, damals sah es wahrscheinlich mit den Gebotenraten noch besser aus, ne? So, mach mal zu. Eh. Boah, schnell. Scheibenkleister. Ah, hier sind die Holzscheite. Wunderbar. Was? Schon wieder voll. Muss wieder was ins Auto packen. Puh. Gerade rechtzeitig, würde ich mal sagen. Kurz vorm Erfrierungstod. Ach, dieser schöne Lainoliumboden, ne? Herrlich. Moment, draußen war noch was in der Mülltonne, glaube ich. Die geben ja manchmal auch so ein bisschen Aufschluss hier. Indem wir irgendwelche Briefe daran finden oder so. Alles schon passiert in dem Spiel, Leute. Nee, oder leere Glasflaschen, die wir mit Wasser füllen können. Das ist auch ein Schaukelstuhl. Oh, das macht zu. Ne, auf der Warnung war das schön. Very beautiful. Macht zu. Ah, hier ist ein enger Schrank wieder. Ist noch nichts drin. Und ein Brief. Gut. Lies mal erst mal. Fantasie, Teil 1. Auf der Liste der Dinge, die Matthieu in seinem Leben ausprobiert hatte, fehlte der Eintrag Mord. Noch. Er genoss es, neue Erfahrungen zu sammeln. Vor allem die besonders Aufregenden hatten es ihm angetan. Und einem Menschen das Leben zu nehmen, einer echten Person aus Fleisch und Blut, die davor noch fühlen, denken, träumen, fantasieren, lesen, sprechen konnte, das versprach, eine der aufregendsten Erfahrungen zu werden, die er sich vorstellen konnte. Aber ihm ging es nicht darum, wie Raskolnikov, irgendeine kruele Theorie zu beweisen, indem er einer alten Frau den Schädel einschlug. Nein. Nicht im geringsten. Matthieu wollte nur wissen, wie sich das Töten anfühlt. So einfach war das. So erschreckend einfach. Tja, auf die Art sind ja schon mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weil einige Subjekte zu viel Langeweile haben entscheidend. Er hatte sich kein besonderes Opfer ausgesucht. Wie auch bei den meisten anderen Menschen waren seine Wünsche nicht besonders zielgerichtet. Daher hatte er nur eine vage Vorstellung von der ganzen Sache. Er wollte ein Gewehr verwenden oder ein Messer, ein junges Mädchen töten oder einen alten Mann. Schließlich versuchte er sich auf die Durchführbarkeit der Tat zu konzentrieren. Das Opfer musste relativ schwach und wehrlos sein. Wie niederträchtig. Denn Matthieu war nicht gerade ein Kraftbrotz. Er würde zwar spontan handeln müssen, durfte es aber auch nicht übertreiben. Schließlich hatte er keine große Lust herauszufinden, wie sich ein Leben hinter Gittern bis ans Ende aller Tage anfühlen würde. Für manche Erfahrungen sind es dann doch nicht wert. Aha. Fantasie Teil 1. Vielleicht finden wir hier noch Fantasie Teil 2. Das ist jetzt erstmal ein roter Strich drunter gezogen. Gut. Dann wissen wir, dass es an der Stelle erstmal endet. Wie pervers? Wer schreibt denn sowas? Das soll wohl ein Roman werden, ne? Was heißt pervers? Also das ist schon, weiß ich nicht. Also wer sowas, wer an sowas überhaupt denkt, ja? Sowas in Erwägung zu ziehen, der hat schon irgendwelche psychischen Probleme, finde ich. So psychopathischer Natur. Der kann nicht ganz gesund sein, in anderen Worten. Dafür habe ich auch überhaupt kein Verständnis für sowas. Also finde ich absolut widerwärtig krank. Also in den Missachtungen des Lebens schlechthin, ne? Keksdosen stehen immer zu weit oben. Also wer an sowas denkt, der frisst auch kleine Kinder, würde ich sagen. Ja, und in dem Fall hat er wohl keine Skrupel, sowas auch in die Tat umzusetzen, derjenige. Aber es ist wahrscheinlich nur eine Fantasie, wie es da stand, ne? Vielleicht der Versuch, einen Roman zu schreiben oder so, kann natürlich auch sein, von einem kranken Killer oder so. Oh, jetzt haben wir es ausgeschlossen. Ist ja geil, wie toll doch. Ganz prima. Wir haben anscheinend noch keine Schlüsse für dieses Haus. Ja, wie auch. Anscheinend haben die Bewohner das auch relativ überstürzt verlassen, wie so oft hier in der Gegend. Was ist doch bei der Musik so friedlich, ja? Und doch herrscht hier anscheinend was blanke Entsetzen. Grauen. So eine Speisekammer. Aber da gibt es auch wieder was für uns zum Looten. Können wir hier wenigstens mal. So tot, oder? Rauschen. Ja, ich höre dann Rauschen. Okay, gehen wir mal hier weiter. Die Reuschen und die B-D-Aus, oder was? Das ist die Familie, oder? Quatsch. Hm, gucken wir mal, ob die ein bisschen glücklicher waren. Auf jeden Fall, das ist eine perverse Fantasie. Oder eine von beiden. Karl hat sich in seiner Kindheit in seiner Kindheit herausgefunden. Karl hat sofort herausgefunden, dass der Mann ein bisschen wie ein Wild-Life-Officer gewesen wäre. Aha, ein Ranger. Okay, mal sehen, welche dunklen Geheimnisse wir entdecken in diesem Haus. Flasche füllen, die habe ich jetzt nicht. Vielleicht können wir mal die Taschen weglegen, ist ja hell genug hier drin. Nö, ist erstmal nichts. Können wir die wieder zumachen? Moment. Aha, da haben wir wieder was. Pillen. Die uns beruhigen. Beruhigungspillen. Pampers. Pampers. Ach, ne. Katzenstreu, oder was? Katzenpampers quasi. Können wir die Tür? Ne. Ich glaube, so lange, die hier drin sind, können wir die Tür nicht. Moment, doch. Äh. Ich glaube, die gehen nach einer Zeit selbsttätig wieder zu. Richtig. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt kannst du mir die Lampe rausholen, Karl. Super. Fernseher einschalten. Auch hier haben sie ein sehr eintöniges Fernsehprogramm. Fantasie Teil 3 schon. Oh, ne, das passt jetzt nicht. Da müssen wir zunächst, äh, Fantasie Teil 2, Teil 4 schon. Auch nicht. Oh, sehr nett. Sehen, ob da jemand seine Fantasie in die Tat umgesetzt hat. Okay, sonst ist nichts weiter drin. Wunderbar. Hier ist vielleicht Fantasie Teil 2. Hätten wir erst hier noch sehen müssen. Konapoli. Wer über Los geht, gewinnt. Sehr schön. Konapoli. Sehr geil. Ja. So. Okay, okay, okay. Können wir uns im Spiegel sehen? Nee. Leider nicht. Die Umgebung zwar, aber wir uns nicht. Karl ist ein Vampir. Richtig schön rund aus der Globus, ne? So haben sie sehr viele Polygone für verwendet. Äh. Moment, jetzt haben wir auch die Schublade öffnen. Weiter was zum Luten. Teil 2, richtig. Fantasie Teil 2, ja. Ungefähr in dieser Zeit lief ihm Beatrice über den Weg. Die junge Frau war allerhöchstens von durchschnittlicher Schönheit. Okay. Mit ihren auffälligen Merkmalen, Pockenartige, Sommersprossen, Hakennase, fettige Stirn, müde, aber lebhafte Augen, rötliche Haare, kindlich dürrer Körper, quäken, das Lachen und so weiter, wirkte sie wie die personifizierte Unschuld. Okay. So sieht also die personifizierte Unschuld aus. Jetzt haben wir eine ungefriere Vorstellung dessen. Und genau so ein Opfer hatte sich Mathieu mittlerweile vorgestellt. Eines Nachts, als er im Bett lag und aufmerksam die Zimmerdecke studierte, schwor er sich selbst immer und immer wieder, ich werde sie töten. Seine Träume in der Nacht waren danach geprägt von der Tat, die er sich vorgenommen hatte. Er hatte sich einen simplen Plan zurechtgelegt. Eines schönen Abends würde er sie in ihrer Wohnung besuchen, um einen Eindruck von den Details des geplanten Tatorts zu bekommen, um sich gedanklich dem bevorstehenden Mord anzunähern. Um langsam in die Gedanken, Wünsche, Träume und Fähigkeiten von Beatrice eintauchen zu können. Auf diese Weise wollte er ein Gespür dafür entwickeln, was genau er mit seiner ruchlosen Tat aus dem Leben reißen würde. Das Ganze würde nicht länger als zwei Tage dauern, maximal eine Woche. Das kranke Stück. Zurück. Schließen, ja. Gut, und jetzt können wir uns die anderen Seiten noch zu Gemüte führen. Mal sehen, wo er das hinführt. Ob zum Mord oder nicht. Ich hoffe mal nicht, sie den Typen einfach erschossen hat vielleicht. Vielleicht hatte sie eine Waffe in ihrer Wohnung und konnte sich wehren. Nein, wir werden es sehen, Leute. So, ich würde jetzt mal aufrufen, wie er das Menü hat. Notizbuch oder Dokumente, genau. Oh Gott, oh Gott. Roman-Seite, ja. Wahrscheinlich ist das damit gemeint, oder? Ja, die Reihenfolge stimmt auf jeden Fall. Zuletzt hatten wir das eingeschränkt. Alles klar. Na denn, geht's hier weiter mit der Fantasie Teil 3. Als sich Mathieu zum ersten Mal mit Beatrice traf, erzählte sie ihm unerwarteter Weise sofort von ihren alten und neuen Sorgen. Sie war im Alter von vier Jahren adoptiert worden und der Gedanke an ihr früheres Leben schmerzte sie immer noch. Sie konnte so gut Klavier spielen, dass die Leute dachten, sie müsste von einem wahren Klaviervirtuosen abstammen. Vor dem Einschlafen meinte sie immer geplagt von fürchterlichen inneren Schmerzen, die sie sich nicht erklären konnte. Sie vertraute sich Mathieu so umfassend an, dass dieser nicht genug davon bekommen konnte. Er kehrte jeden Abend zu ihr zurück, um alle Details ihrer Existenz aufzusorgen, bevor sie ihren letzten Atemzug machen würde. Ich dachte ja, es wäre auf andere Gedanken gekommen, aber nein, immer noch den Mord im Sinn. Jeden Abend dachte er darüber nach, was genau die Menschheit mit dem Mord von Beatrice verlieren würde. Den Klang ihres Weinens etwa oder ihrer Klaviermelodien. Das zwanghafte Tipp mit dem Zeigefinger gegen ihre Schläfe, wenn sie in finstere Gedanken versank. Oder jede andere Kleinigkeit, es machte keinen Unterschied. Alles würde unrettbar ausgelöscht werden. Ausnahmslos, alles. Diese Gedanken erregt Mathieu und eigentlich konnte er es nicht abwarten, den finalen Akt seines Plans einzuleiten. Aber aus Tagen der Zweisamkeit wurden Wochen. Und ehe er sich versah, war irgendwann Mathieu an der Reihe Beatrice von seinen Geheimnissen, seinen Hoffnungen, seinen Sehnsüchten zu erzählen. Am Ende des Monats wird sie sterben, versprach er sich. Hm. Okay. Mal sehen, wie es weitergeht. Ähm. Ähm. Vier. Ein Mörderer. Das war jetzt auch. Okay. Okay. Ja. Ja. Ja, dachte ich mir auch. Karl. Also da gehe ich mit ihm echt konform. Auch nach sieben Monaten jedoch war es zu keinem Mord gekommen. Die beiden Turteltäubchen redeten weiterhin an mehreren Tagen die Woche über ihre Ängste und Wünsche. Den Menschen in der Gegend für ihre Nähe zueinander auf und irgendwann kamen Mathieu die Gerüchte und Tuscheleien der Leute zu Ohr. Die zwang ihn dazu, sich als echter Gentleman zu beweisen. Er musste um die Hand von Beatrice anhalten. Wie makabert ist das denn? Naja. Ja. 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 Wenn er heute auf die Zimmerdecke starrt, wie er es vor 20 Jahren schon getan hatte, fragte er sich immer noch, was genau er der Menschheit wegnehmen würde, wenn er Beatrice die Kehle aufschlitzte. Was genau seinen Kindern fehlen würde. Boah, hat er schon Kinder mit ihr gezeigt, oh Mann. Und dann ganz so, als ob ihn seine makabere Fantasie beruhigt hätte, schläft er mit einem Lächeln auf den Lippen langsam ein. Na scheinbar hat er es ja nicht getan, würde ich mal sagen. Das ist ja nur eine Fantasie, nein nur. Ich meine, es ist schlimm genug, so eine Fantasie zu haben. Also überlegt, stellt euch das aber vor. Der Mensch, den ihr heiratet, sei es nun eine Frau oder ein Mann, ist ja erstmal egal. Der hatte ursprünglich den Gedanken, euch umzubringen und euer ganzes Leben lang hat er diesen Gedanken aufrechterhalten und genährt oder wie auch immer. Oh, das ist wirklich eine kranke Vorstellung. Boah, da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter, Leute. Also ich bin wirklich fix und alle hier. Wow. Was für eine kranke, oh nee. Eine kranke Fantasie, also eine furchtbar kranke Fantasie. Nein. Boah, aber er hat sich Notizen dazu gemacht. Unser Karl, vielleicht sollte ich mal einen Blick ins Notizbuch riskieren. In dem Fall ist es wirklich riskieren. Boah, der ist mir übel, ey. Speiübel. Oh, nee, das ist noch die Vision. Oh, das eisige Geheimnis. Zwei von vier haben wir fast vollständig. Drohende Gefahr treibt die Leute aus dem Dorf, genau. Wo steht denn das mit der Familie Roy? Alle versuchen zu fliehen, die Drohnen. Ach ja, eine Drohende Gefahr treibt die Leute aus dem Haus. Die Reus bilden da keine Aussahme, wenn man dieser Notiz Glauben schenken kann. Jo. Das Kind, es bringt mich bei meinen Nachforschungen weiter. Martin Blais und seine Mutter sind zusammen mit Jean Roy nach Norden aufgebrochen, um dort Zuflucht zu suchen. Jo. Die Männer hingegen haben sich vorgenommen, Gilles Lanchard zu warnen. Schwierig zu sagen. Woher genau von mir? Blais Flo. Fufor, ja. Vor dem Monster wahrscheinlich, diesem Eisvieh. Dass hier die Leute einfriert. Danach kommt denn das hier. Dieses Fahrzeug gehörte ohne Zweifel Wilfried Roy. Genau, der ist ja Ranger. Seine Ranger-Fibel ist Beweis genug. Es würde mich nicht wundern, wenn ein Experte wie er eine Abkürzung durch den Wald genommen hätte, um irgendwo Zuflucht zu finden. Ja, das haben wir ja schon entdeckt. Also, die Zuflucht. Wer sind diese vier Leute? Eine seltsame Wand aus Eis. Okay, bla bla. Es ist Hochsaison für Holzfälder. Ach so, das hatten wir schon. Also, hier kommt noch was. Eisiges Geheimnis. Aber das können wir ja erst erforschen, denke ich mal mit der Vollversion, oder? Das war der Mord. Moment, hier steht noch was Neues, oder? Eine Erpressung Hamiltons wäre jenseits der Fähigkeiten von Gilles. Hat er sich vielleicht erst recht übernommen, indem er die Erpressung sein ließ und zum Mörder wurde? Ja, kann sein. Oder vielleicht wahrscheinlicher hat Giselle ihren Mann dazu gebracht, Hamilton umzubringen? Man konnte immerhin den Eindruck gewinnen, dass der fügsame Mann seiner recht dominanten Frau gehorchte. Hm, na gut, ja. Na ja. Hm. Sonst ist hier... Moment. Weiter nach Norden. Muss einen anderen Weg finden. Okay, ich muss nach Norden. Denn ich kann meine Nachforschung nicht abschließen, ohne das Jagdhaus von Hamilton versucht zu haben. Allerdings ist die Straße eingestürzt und... Okay. Ja. Hm, ein passendes... Mantel, Munition, ja, ja. Also, ich muss die Eiswand aus dem Weg schaffen, aber andererseits ist doch da noch die Höhle, ne? Die wir doch wegsprengen könnten. Aber ich wüsste nicht, wo wir jetzt, äh... Dynamit herkriegen sollen, ja? Von wo? Wohl ein Ranger hat vielleicht Dynamit immer dabei, ich weiß es nicht. Aber hier gibt es ja keine Hütte oder so, ne? Leider nicht. Hier kommen wir nicht rein. Müssen wir wahrscheinlich auch nicht. Das ist so der Hinterausgang. Ich gucke mich mal hier weiter um, Leute. Ach, da sind wieder diese Wölfe. Okay, da sollte ich mich mal wappnen. Ich glaube, die Folge war wieder viel zu lang. Ich muss nur einen anschlagen. Hau der andere von der Werbung. Die würde beenden Sie mit den Wolken. Ah, das ist ein Gegenstand. Was denn für einer? Äh, ich gehe erst mal zu der Hütte. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Gut. Wunderbar, Leute. Hier geht es anscheinend weiter, müsste er mit der Story. Äh, Holzscheite? Ja, hier. Puh. Zum Glück finden wir immer regelmäßig Anzünder und Streichhölzer. Also das Spiel möchte, dass wir überleben. Es ist äußerst großzügig. So, aber ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Oh Mann, die Story wird hier immer verworrener, immer komplexer auf jeden Fall. Nimmt hier ganz schöne Auswüchse an. Aber fest steht, äh, alles hängt damit zusammen mit diesem Hamilton, der hier die Natur ausbeutet in seiner Miene und Sprengungen vornimmt, die Hüllen zum Einsturz augenscheinlich bringt. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Wir werden dem weiter auf den Grund gehen und dann vielleicht noch eine Schatzsuche unternehmen, ne? Vielleicht finden wir hier auch noch die weiteren Teile der Schatzkarte. Zwei fehlen uns noch. Also denn, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, Leute. Und falls euch dieser Part auch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Denn das motiviert mich noch zusätzlich. Also bis dann, Leute.